Moin Moin und willkommen zurück hier auf Gaming Paradise 9046 zu unserer Karriere mit Union Berlin. Nachdem wir am ersten Spieltag in Ingolstadt 2 zu 0 verloren haben und dort spielerisch nicht ganz so überzeugt haben, geht es heute zum Heimspiel gegen Mainz in Abschreiber, aber zunächst gehen wir mal rein in die Scouting-Berichte. Der Joshua Fack-Norman aus Hamburg. Horn und der ist noch nicht ganz fit, genauso wie Schmitz noch nicht. Okay, Horn, schauen wir mal, jetzt noch die Liste. Und Collins werden wir dann soweit lassen. Dann haben wir das Transfergebot für Hübner. 6,4 Millionen. Ich lehne es mal ab. Genauso für Jörg Schwammeer ist der Wetter, doch brauchen 4141. Aber wenn wir uns auf die Abschlussberichte zu Steve Peters im Innenverteidiger 65, 61, 63, jungen Wilds. Den gucken wir mal an und ansonsten. Jetzt sind wir, das andere wird noch bescoutet, okay. Und dann schauen wir jetzt rein ins Heimspiel gegen Mainz 05. Die Berichte schauen wir uns dann im nächsten Part an. Alles gut. Heimspiel gegen Mainz zu Hause. An der Alpherz 3, 4 in Rot und Jonen. Die Mainz 1, weiß. In 4, 4, 1, 1, keine Spielparallel Montagabendspiel. Ne, Freitagabendspiel, glaube ich. Äh, Freitagabend. Ja, wir gehen so rein, würde ich sagen. Und damit... Auf geht's. Ich konnte alles wieder gewinnen. Ich glaube 0 zu 1,3 dann, glaube ich, irgendwie, äh... Ich weiß gar nicht, in Hann... Heiden? Heiden, ja. Die haben... Nee, gegen Darmstadt, glaube ich, haben eins gespielt. Haben gewonnen, auf jeden Fall. Und wir sind an der alten Försterei in Berlin-Köpenick. So, in unserem Heimdebüt. Damit gehen wir rein, auf geht's. Anstoß über Anders an Bienen, Rot. Von links nach rechts. Gentner. Supotic. Hülter. Schlechter Ball, Bülzü ist dazwischen. Westwood. Für Bülzü ist aber in Seiten aus. Union, Abdullahi. Hülter. Römel. Gentner. Groß. Ballverlust an Westwood. Und der steckt ihn durch. Unisivo. Subotic stark. Reichel. Schlechter Ball im Vene. Unisivo. Wieder im Vene. Da ist Laza gegen Subotic, der blockt die Flanke Eckball. Nach fünf Minuten. Eckball kommt. Subotic leert. Aber im Vene. Auf Niyaki Tee. Da ist Kunde. Und Anders an ist dazwischen. Und legt ihn ab für Brümel. Groß. Was für ein Ball für Abdullahi. Kommt der Anja. Abdullahi. Gut gemacht. Quergelegt. Der Seiz. Durch Joshua Mee. Nach acht Minuten zu Hause. Das war gut gespielt. Mit der Ablage richtig und Meehs kommt richtig reingelaufen. Macht das stark. Erstes Sontor Wien. Stark gemacht. Jetzt wieder reagieren die Mainzer. Matheta. Westwood. Aber dazwischen von Abdullah. Den Ball bekommt. Matheta nochmal. West. Unisivo. Bözius. Durchgesteckt. Subotic ist dazwischen. Meehs. Gentner. Schlechter Ball von Gentner. Westwood. Gentner kommt nicht mehr ran. Kiebitz ist da. Eckball war ins Westwood. Wird ihn ausführen. Der kommt nicht schlecht. Niyaki Tee. Abdullahi klärt er. Aber nur auf dem Wehne. Wehne. Westwood. Aber Reichel. Nee. Ist gut gemacht. Gentner. Krömel. Andersson. Wieder für Abdullahi auf rechts der abgeht. Und Abdullahi. Wieder mit der ähnlichen Struktur. Wieder zurückgelegt. Über der Abschluss. Nicht dazwischen bei Kunde klärt. Bülter. Genau. Ruhig gemacht. Subotic gut gemacht. Groß. Meehs. 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 meister auf reichel der für groß der wieder römel abdullahi römel gendner schlechter weil kunde dazwischen groß gewinnt den ball felix groß danke von lasse abgeblockt groß noch mal zurückgelegt erst ab hier block von wehner noch mal abgelegt reichel römel mees anders und die drehung ist gut der abschluss müller pariert das ding weg bei union christian gendner er ist nicht schlecht aber kommt kein union heran ein wurf union römel gleich wieder für pröme römel flanke block von martin nächster eckball kinder mess römel geblockt noch mal mehr ist noch mal prömel der krieg den ball noch römel flanke kommt da ist abdullahi der kann sich nicht ganz durchsetzen und am ende hat müller den ball der lange ball von müller belastet er sich stark unternimmt platz er war alles gut aber bilder hatte mit aufgepasst kiki witz subotic latzer noch abgefälscht einwurf union halbe stunde rum das ist subotic groß hübner römel wieder abdullahi aber martin ist dazwischen kein foul aber groß gendner groß anderson wehne vorm meister schon wieder gestartet war abdullahi gut dazwischen holte bei dem spiel römel gendner groß anderson gendner kommt nicht ran weil kunden noch dazwischen ist gut gemacht nach der bürzios für die mainz jetzt über mateta bürzios aber brömel dazwischen gut mit zurückgearbeitet bilder gegen kunde nochmal bürzios die flanke geht ihr witz auf er macht das spiel jetzt ruhig wirft ihr nach außen ab auf bilder der für hübner der wieder auf brömel der quer groß schlechter ball da 2 gegen 2 jetzt mateta hübner stark und dann gibt es den gibt es das foul bürzios mit dem ball lang schlagen ja in die box hinein abdullahi klärt nochmal bürzios nach außen gelegt vene groß ist bei ihm lässt es aber zu einfach vorbeigehen und die sie wo durchgesteckt latzer jetzt greift zu der lange ball wieder auf bilder die ablage die ist nicht gut weil die bürzios wieder in fuß geht mateta bürzios bilder block gibt es greift zu wieder auf bilder der diesmal ablegt für brömel der findet gentner der findet groß der da außen auf reichel alles sehr gemächlich jetzt gerade bei den unionern reichel andersson der die bürzios ablage ist dann schlecht und mateta und bürzios da ist platz bilder und das ist ja bei halbzeit zwischen union mit 05 1 zu 0 führt union hier zu hause an der alten Försterei gegen 1 an diesem freitagabend das ist ok und ich gehe wir gehen rein in den 2 durchgang so zumal verstoßen an über mateta und die sie wo es wird nach außen wehner 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 klärter aber nur zu der gt er wieder auf aron martin der ball auf westwood wieder aber martin die flacke mit neuer zur stelle kunde meinte ich mich jetzt schnell lasse geblockt von subotic nochmal geblockt und mehs klärt gtner und da ist groß hat das auge für anders und der ist lang anders man kriegt den ball aber noch ja macht das dann stark anders und wartet auf die leute gut gemacht brömel das ist dann gtner der dreht sich gtner gut gemacht gtner zieht er mal ab und müller muss parieren zum eckball geht auch das gut zieht er mal ab nächster eckball für union christian gtner mit dem standard kopfball anders sonnen aber nicht gefährlich genug dreiundfünfzig minuten gespielt langer ball und die sie wo latzer david ich glaube ich groß ja nicht ganz aufpasst da und die sieben subotic stark hübner oh der ball kommt nicht an latzer aber die gewisse zur stelle alles gut hat den ball sicher abwurf dann auf abdullahi der für bilder der hat ein bisschen glück bilder abdullahi natürlich soll es jetzt wieder nach vorne gehen und da ist gtner und da ist andersson und er wartet noch der wartet noch auf den mann warum andersson mit davon hat weggegrätscht und meins kommt über kunde über bürzios bürzios auf der seite bürzios setzt sich dadurch die mitte kunde startet zubotic klärt und dann gibt es das foule freistoß für mainz wechsel auch gerechnet beim fsv da kommt fernandes für kunde malongen die partie freistoß der technikator entfernung westwood hat sich den ball zurecht gelegt die flanke abdullahi klärt doch bei den seiten aus nur ein wurf für die mainzer hat es aber ein wurf auf haak auf wene haak mes dazwischen gentner und andersson jetzt alleine eigentlich ziemlich auf weiter flur gentner für mees mees setzt sich durch kann die gewinne aber nicht durchsetzen jacquette für die mainzer maritin ist das martin gegen andersson läuft ihn gut mit zu macht dann aber sehr einfach die seite auf westwood abgelegt in die mitte gut durchgesteckt mit der täter schnell durchgespielt der abschluss dann aber im endeffekt im letzten moment noch gestört von einem jona und deswegen zu ungefährlich abstoß bei unions wir werden mal wechseln wir werden Prozent Prozent Gugia mal bringen führen werden wollten wir so stehen wenn man während mal abdullahi indisch bitte stellen und dafür Gugia auf rechts für anders von bringen nach gut 67 oder in der 67 minute dann die gewitz mit dem langen ball er findet Gugia gleich der auf gentner der für abdullahi der raus auf mees der zurück zu abdullahi der ist in der box steigt nochmal drauf legt nochmal zurück will zurücklegen aber lasse ist dazwischen gut unisivo acht und konnte das nochmals macht hätte über unisivo über bzw über fernanders über west hore das geht jetzt schnell bezios das ist zu einfach wird sie dann doch noch irgendwie gestört und ihr und nackg continent geklärt und können es dann selbst ne können sie nicht gett da kommt nicht zum ball westhoof brümmel dazwischen gut gemacht Gugia nach hinten abgelegt bülter ruhe reinbringen subotic hübner reichel seitenwechsel aber etwas kurz westwood auf mateta für westwood wieder firma täter der wegen durchstecken aber die gewitz passt mit auf wittestunde noch bilder über die außenbahn über rechts für union bülter und der ball für gogia der findet kogia auch der schlechte ball von gogia dann war der latzer einfach im weg steht fernandes röbel ist dazwischen ölters langer ball findet kogia akagi kogia setzt sich durch akagi kogias flanke bülter kommt nicht ran aber groß wird das kopfball-duell römel da ist gendner römel legt sich das ding nicht gut zur seite da nicht gut vorbei westwood wieder fernandes für die mainzer mateta bützios da außen sind wehne völlig frei jetzt wird die flanke auf bützios subotic block reichel erklärt und es gibt den ball nicht gibt noch mal einwurf 83 minuten wir gehen noch mal wechseln wir werden groß noch runter nehmen werden dafür heute noch mal schmiedebach bringen dann noch mal auf der sechs auf der acht noch mal was neues zu bringen bei union bei mainz geht um sie wo vom feld dafür kommt mit der 28 ist das adam solo ja dafür in die uns da ist da ist abdulladien aber nicht entgegen kommt hack bützios noch mal bützios kickewitz ist da und beschwert sich auch da ist ein voreinander nicht nur links drauf gehen eckball kommen kogia kommt die beteiligt oder kopfball aber ungefährlich fünf minuten sind es noch langer ball von die kiewitz richtung abdullahi der sie hat aber nicht durchsetzen können fernandes latzer fernandes aron martin fernandes langer ball achtung latzer fernandes verlängern die kiewitz ist da der lange ball von kiewitz nur auf mir kit westwood latzer nochmal abgelegt aber wieder über die seite rechte seite bei den weiter der ball ist im seitenhaus einwurf union eine ziel noch bilder grömel nächster schlechter ball und das ist gut gespielt das ist mal täter in der mitte die kiewitz nachspielzeit die mainzer hätten ein punkt ja eigentlich verdient eckball westwood schmiedebach klärt aber nur fernandes fernandes las latzer die ich noch mal ab schuleu kiki wird noch mal stark noch noch ist nicht schluss eckball kommt noch mehr kommt in die mitte geklärt aber nicht weit genug noch mal geklärt wie es dann und dann ist hier schluss und union gewinnt das erste haltspiel der saison zu hause 1 zu 0 gegen den fsv 05 alles in allem müssen wir das nicht zu konstatieren es ist doch sehr glücklich schüsse 14 zu 10 aufs tor 3 zu 7 jetzt haben wir gemeinsam mit ungefähr gleich an zwei kämpfen deutlich mehr zwei märkten also ja schon ich würde sagen etwas glücklich wir gehen rein ins interview nach dem spiel schau mal was uns die journalisten fragen wir gehen rein hier dass sie direkt nach dem spiel auch durch schlatterberg heute nicht sein die kür geben man muss geduld mit ihm haben natürlich klar er wird schon noch spielen konnte heute vor der pause klar machen sind sie zufrieden mit dem spielgeschehen im zweiten durchgang um da kommt hier wird natürlich aufs nächste spiel klar noch schaffen es gibt würde Prozent nö weil ich der Mannschaft vertraut haben so ganz einfaches thema für das gespräch und dann würde ich sagen was das für diesen part und eben nächsten paar liebe freunde sehen wir uns dann wieder zum dfb pokal zur ersten runde auswärtsspiel in der nächsten folge ich sage danke fürs zuschauen ich habe es euch spaß gemacht und bis zum nächsten mal